Die Schlossbergbahn Moin! Willkommen in Freiburg im Breisgau. In diesem Video stelle ich Euch die Schlossbergbahn vor. Im Gegensatz zu den meisten Standseilbahnen gibt es hier nur ein Fahrzeug. Es handelt sich also eher um einen Schrägaufzug. Die Strecke wechselt etwa auf halbem Weg ihre Neigung. Die Kabine kann sich gegenüber dem Fahrgestell bewegen. Sie bleibt daher immer waagerecht, unabhängig von der Neigung der Strecke. Einführung der Zürich. Das war aber nicht ganz gut. Die Zürich sind auch nicht gut. Die Zürich sind auch nicht gut. Es wird nur eine Art Reine. Einige von den Passat, aber ältere. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Talstation liegt am Stadtgarten, die Bergstation auf dem Schlossberg, 73 Meter höher. Bis zu 25 Fahrgäste haben Platz in der Kabine. Die maximale Neigung der Strecke beträgt 22 Grad. Die Bahn hat eine Spurweite von 1,2 Metern. Die Geschwindigkeit beträgt 1,5 Meter pro Sekunde. Damit benötigt die Bahn etwa drei Minuten für die 262 Meter lange Strecke. Die Bahn ging im Juli 2008 in Betrieb. Die Baukosten werden mit 2,1 Millionen Euro angegeben. Die Bahn ging im Juli 2008 in Betrieb. Vielen Dank. Hier sind wir in der Bergstation angekommen. Sie liegt rund 350 Meter über Normal Null. Bis Ende des Jahres 2006 fuhr an dieser Stelle eine Luftseilbahn mit acht zweisitzigen Kabinen. Eine Kabine der früheren Seilbahn steht heute beim Restaurant an der Bergstation. In den Kabinen war es recht eng. In der neuen Bahn können auch Menschen mit Rollstühlen, Kinderwagen oder Rollatoren mitfahren. Die Bahn fährt wieder aufwärts. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Schlossberg bittet einen herrlichen Blick über die Stadt Freiburg. Im Vordergrund ist das Münster zu sehen, im Hintergrund die zweitürmige Herz-Jesu-Kirche. Mit diesen Bildern von der Rückfahrt sag ich Tschüss und bis zum nächsten Mal!